Jesteś głodny? Haben Sie Hunger? Co zjadłbyś na śniadanie? Was möchten Sie zum Frühstück? Co jadłeś na lunch? Was haben Sie zum Mittagessen gegessen? Chciałbyś wyjść gdzieś na obiad? Möchten Sie zum Abendessen ausgehen? Jaką pijasz Herbatę? Was möchten Sie in Ihrem Tee? Pijesz Kawę? Trinken Sie Kaffee? Czy słodziš Kawę? Möchten Sie Zucker in Ihrem Kaffee? Jaki Sos do Salatki? Was für ein Dressing hätten Sie gerne auf Ihrem Salat? Podaj proschen Chleb. Reichen Sie mir bitte das Brot. Na Dessert mamy Ciasco. Wir haben Kuchen zum Dessert. Masz ochoten na sernik? Möchten Sie ein Stück Käsekuchen? Jakie lubisz Ciasco? Was für ein Obstkuchen hätten Sie gerne? Czy chcesz kurczaka na obiad? Möchten Sie Hähnchen zum Nachtessen? O której jemy? Um wie viel Uhr essen wir? Przyniosłem butelkę. Do obiadu. Ich kaufte eine Flasche. Zum Trinken beim Abendessen. Na śniadanie chciałbym Jajka. Ich hätte gerne Eier zum Frühstück. Lubię Jajecznicę. Ich hätte gerne Rühreier. Poproszę Kanapkę bez Sałaty. Kein grüner Salat auf meinem Sandwich, bitte. Czy mogę prosić o Herbatę? Könnte ich bitte etwas Tee haben? Herbatę pijen ze śmietanką i cukrem. Ich hätte gerne Sahne und Zucker in meinem Tee. Czy już czas na Herbatę? Ist es schon Zeit für Tee? Do Herbaty mamy Ciastka. Wir haben Gebäck mit unserem Tee. Chciałbym filiżankę Herbaty. Ich hätte gerne eine Tasse Tee. Masz ochotę na kolację? Hätten Sie gerne Abendessen? Na co masz ochotę na Obiad? Was möchten Sie zum Abendessen? Czy chcesz Masło do pieczonych ziemniaków? Möchten Sie Butter mit ihrer gebackenen Kartoffel? Jaki wolisz Sos do sałatki? Was für eine Art Salatdressing hätten Sie gerne? Na Dessert może być Tort lub Ciasto. Sie können Kuchen oder Obstkuchen zum Dessert haben. Poproszę Cheeseburgera? Ich hätte gerne einen Cheeseburger, bitte. Wollę pieczoną rybę. Ich hätte lieber gebackenen Fisch. Czy sałatka jest z Cebulą? Hat der Salat Zwiebel drin? Powinniśmy podzielić się pizzą. Wir könnten eine Pizza zusammen essen. Babeczki pięknie pachną. Die Muffins riechen gut. Ten Kurczak jest pyszny. Dieses Hähnchen ist köstlich. Jestem bardzo głodny. Ich bin sehr hungrig. Sałatka to zdrowy posiłek. Salat ist eine gesunde Mahlzeit. Weź rum do kawy. Iss ein süßes Stückchen mit deinem Kaffee. Ciasto to pyszny przekąsek. Konditorwaren sind ein köstliches Vergnügen. Jak należy zrobić taki stek? Wie soll ich dieses Steak kochen? Dobra kanapka będzie wystarczająca. Ein schönes Sandwich klingt gut. Czy kiedykolwiek próbowałeś smażonego kurczaka? Hast du je ein gebratenes Hähnchen probiert? To burrito z kurczaka. Das ist ein Hähnchen burrito. Meksykańskie jedzenie jest bardzo dobre. Meksikansches Essen ist sehr gut. Moje ulubione Danie Kuchni chińskiej to Chowmein. Mein liebstes chinesisches Essen ist Chowmein. Proszę o trochę Chosnku do Sosu. Bitte tun Sie etwas Knoblauch in die Soße. Lunch jest południe. Mittagessen ist zum Mittag. Jemy śniadanie o godzinie siódmej. Wir essen Frühstück um sieben. Weź płatki na śniadanie. Iss etwas Müsli zum Frühstück. Powinieneś wypić szklanken Soku. Sie sollten ein Glas Saft trinken. Chcę kupić Mleko. Ich will etwas Milch kaufen. Mleko to zdrowy Napój. Milch ist ein gesundes Getränk. Potrzebuję gorącej Wody na Herbatę. Ich brauche heißes Wasser für Tee. Wino robi się z Winogron. Wein wird aus Trauben gemacht. Piję Napój jabłkowy. Ich trinke Apfelmoos. Napój jabłkowy może być poddawany na gorąco. Apfelmoos kann auch heiß serviert werden. Nie jest za dużo ciasta. Essen Sie nicht zu viel Kuchen. Ciasto nie jest zdrowe. Kuchen ist nicht gesund. Torcz często podaje się na urodzinach. Kuchen wird oft zum Geburtstag serviert. Lody czekoladowie to smaczny poczęstunek. Schokoladeneiscreme ist ein köstliches Vergnügen. Do Szarlotki dodaję Lody Vaniliowe. Ich esse gerne Vanilleeiscreme auf meinem Apfelkuchen. Ciasta owocowe są moimi ulubionemi. Obstkuchen ist mein liebster Kuchen. Do Obiadu dostałem kawałek Ciasta. Mein Abendessen hatte ein Stück Obstkuchen inbegriffen. Ten Obiad jest z dwoma rodzajami warzyw. Dieses Dinner kommt mit zwei Sorten Gemüse. Pieczemy Chleb. Wir backen etwas Brot. Pizza jest łatwa do zrobienia. Pizza ist ganz einfach zu machen. Spaghetti mi smakowało. Die Spaghetti haben mir geschmeckt. Lubię Makaron z Sosem Pomidorowym. Ich esse gerne Pasta mit Tomatensauce. Jemy Suppe an Grybową. Wir essen Pilzsuppe.